Ich habe die Fraktion der Privaten nicht in der Wahl teilgenommen und zwar deswegen, weil wir das Verfahren ablehnen, das dazu führt, in dem Fall, dass vor 1,5 Meter Stimmen eine 60% Mehrheit, also ein absoluten Mehrheitsbezirksamt wird. Wir wollten ausdrücklich nicht in der Wahl teilnehmen und nicht gegen Kampannhof führen, weil wir kein Problem mit Kampannhof haben. Das wollte ich hier ausdrücklich nochmal sagen, dass es hier auch ankommt und das Glückwünsche von Herrn Kampannhof auch in seiner Wahl und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.